So, hallo Leute, willkommen zurück bei Sonic und der Schwarze Ritter. Ich bin Chas heute in der Live und wir machen weiter. Das letzte Mal haben wir Artus Besicht und Johnny Credits gesehen aus irgendeinem Grund. Aber ich habe so das dumme Gefühl, es geht noch weiter. Mein Instinkt sagt mir, dass es noch mehr kommt. Deswegen machen wir jetzt mal diese Bonus-Mission, die wir bekommen haben überall. Wie hier, Grind-Aufgabe. Warum denn nicht? Grinden war ich schon immer irgendwie lustig. Grind-Aufgabe. Erreiche das Ziel, ohne herunterzufallen. Die Birdman-Sinsor-Leiste hier? Ja, habe ich. Okay. Okay, ey, Moment, Moment, Moment. Ich muss meine Handschlaufe noch richtig anlegen. Ich nehme nie ohne Handschlaufe auf. Au! Ja, das konnte man auch so schön sehen. Vielen Dank. Das machen wir gleich nochmal. Wir bekommen aber trotzdem Sachen. Das soll mich ja nicht stören. Ich versuche es trotzdem nochmal. Mal rein. Okay, die Aufgabe, die ist jetzt schon scheiße. Ich sehe es kommen. Ich meine, hallo, auf einmal denn, hallo, ich bin ein Wagen und bin da. Ja, sag ich mal, hallo. Weich mir aus, wenn du kannst. Ne, also okay. Versuchen wir es nochmal. Da. Oh, da sind Fässer. Wow. Und wow. Und... Ey, komm. Ähm, bloß erneut versuchen. Ey, komm, Leute. Woher soll man das denn sehen? Übertreid, was Mission angeht. Nö, ey. Nö. Mann, ey. Mann, ey, nö. Also das ist echt eine scheiß Mission. Okay. Und weiter. Und... Ja. Oh, Mann. Wie soll man das denn sehen? Ist doch voll zum Kotzen. Ist doch... Das ist echt scheiße. Das ist echt... Ein bisschen lame. Eigentlich nur ein bisschen. Oh, gut. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Habt ihr es mal bald? Oh. Ha, hab ich aber das... Ich hab das Rail nicht verlassen. Wieso lebt das so? Ey. Dieses Gelege. Wieso hat das gelegt? Ey, Mann. Das le... Boah. Die Mission nervt mich jetzt schon, ey. Boah. Ja. Alter. Alter. Ich sag da jetzt gar nichts zu. Da sag ich jetzt mal gar nichts zu. Das war ja cheapass bis zum... Nicht mehr. Boah. Und hopp. Und... Nein. Nein, 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 nein. Ja, gut. So. Nein. Es leckt schon wieder. Boah. Wie soll man denn da springen? Das ist ja voll übertrieben. Geht das überhaupt? Habt ihr es getestet? Es ist seger. Es würde mich nicht wundern, wenn sie es nicht getestet haben, ey. Sie haben es wahrscheinlich einfach gemacht und sich gesagt... Ist uns doch egal. Oh, mein Gott. Ich seh es jetzt schon wieder kommen, ey. So, weiter. Aber jetzt fängt das an zu laggen. Und... Und wegen... Ey, wie soll man das denn schaffen? Wie soll man das denn machen, bitte? Hey, mein, hallo? Immer die so... Diese Dinger... Hey, wir sind da. Und, äh... Wer noch... Ich sag... Da sag ich jetzt gar nichts zu. Da sag ich jetzt überhaupt gar nichts zu. Das war ja mal... Hallo? Du sollst das Rail wechseln und nicht abspringen, du Pfosten. Ey, mal ernsthaft. Was soll der Rotz? Ich springe jetzt nur noch drüber, so. Aber drüber springen bringt ja nichts. Ich meine, ich kann ja auch währenddessen nichts machen. Und der springt ja immer so hoch. Oh, Mann. Ich hab jetzt mal einen anderen Plan. Na, nö, nö, nö. Ich hab die Schnauze voll, ey. Die Aufgabe ist behindert. Schwul, behindert und kacke. Stein. Buch. Trank. Ey, nee. Nee. Ich mach was anderes. Was muss ich hier machen? Das klingt mir auch schon wieder so schwul. 60 Feinde platt, Mann. Na, das ist doch schon eher mein Stil. Ey, aber diese Grind-Aufgabe, die schwul. Wann fängt das Game da an zu laggen? Ich meine, was ist das denn? Ja, leck dich, ey. Ey, ihr seid immer toll, ne? Ihr findet euch immer ganz lustig, ihr dummen Scharfschützen. Ich wächst Kack-Teile. So, was hältst du nur davon? Riesen-Kack-Bang-Dingy. Riesen-Kack-Buhn. Wuhu-Hu-Hu. Und. Vergessen wir mal den großen Jungen da hinten. Nein! Das wollte ich. Ich hab's doch gar nicht. Mann, oh. Und zack. 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 Zack. Ja, ihr findet euch immer ganz lustig. Der Trick. Wuhu. 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 Ah, frisst das, du. Homo-Kopf, du. Nein, du fässt mich nicht an. Oh shit, der war schlecht. Wuhu. Wuhu. Aber geschafft. Hat er nur ein... Zwei Sterne. Also das ist ja mal. Juhu. Ähm. Was ist teurer? Nehmen wir mal das mit, was teurer ist. Hab einen kostspieligen Geschmack. Starkes Gegengift. Hab ich's ja eigentlich gelesen. Äh, Immunität gegen Gift. Ich war noch nie vergiftet, oder? Ähm. Äh, gegen die schwule Zeit. Was haben wir hier? Ohne jemanden anzustoßen. Das haben sie garantiert wieder richtig schön gemacht. Wahrscheinlich auch wieder nicht getestet, so wie ich Sega kenne. Ich wette mit euch, dass sie's nicht getestet haben. Das wette ich mit euch. Okay. Geh einfach. Was? Aha, ich darf also... Ich geh jetzt einfach so ganz normal. In ganz normaler Geschwindigkeit. Boah, was rennt ihr überhaupt hier rum? Äh, alt. Alter Schwede. Was müsst ihr überhaupt hier wie blöde Lämmige durch die Gegend rennen? Und hör auf, rückwärts zu gehen, wenn ich es gar nicht lenke. Ich renke doch gleich nach hinten. Würde mich jedenfalls wundern. Boah. Warum hat das Schwert nicht einfach... Super getestet, Sega. Super getestet. Die kommen denn ja auf einen zu. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Ich muss hier langsam... Sonnig ist bekannt für schnell und nicht für lahm. Und das ist mehr als nur lahm. Boah, und wieso lag das bei mir jetzt gerade so? Oder kommen wir jetzt nur so vor? Ja, schön langsam. Solche Wichser. Ich meine, nee. Wir wollen einfach nur durch die Gegend laufen. Ich springe. So, und jetzt kommt die Stelle gleich wieder. Ja. Haha. Ich dachte, die kommen jetzt schon wieder auf mich zu. Ich hätte ich denn... Ich laufe einfach weg, ey. Und weiter. Nein, hör auf zu laufen, Sonic. Ähm. Nee, nee, ey, nee. Ich hab den nicht mal berührt. Nee, ihr wisst, ihr könnt echt übertreiben. Wisst ihr das? Ihr könnt echt extrem übertreiben, was Hit Detection angeht. Mir ist fertig. Wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Bis dahin. See ya, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen.